Der Sommer steht vor der Tür und viele Leute haben natürlich schon ihren Urlaub gebucht. Und aus dem Grund gibt es heute ein Outfit-Inspirationsvideo Holiday Edition. Egal ob Strand, Urlaub oder Städtetrip, Leute, heute ist wahrscheinlich für jeden etwas dabei. Alle Outfits habe ich natürlich wie immer unten in der Infobox verlinkt. Und jetzt will ich nicht lange schnacken, sondern wir starten direkt mit Outfit Nummer 1. Das erste Outfit ist ein cooles, lässiges Outfit, was du ideal zum Beispiel zu einem Städtetrip anziehen kannst oder auch für eine Veranstaltung, zum Beispiel, wenn es jetzt nach dem Strand noch ein bisschen weiter geht. Ich habe hier unten lässige, entspannte Sneaker und zwar Sneaker von Converse. Das sind Chucks, aber so eine chunky Version davon. Ich habe eine locker, luftige, kurze Hose an, ein super sommerliches Hemd, gemustert und natürlich noch eine Sonnenbrille, die wirklich bei dem Outfit nicht fehlen darf. Das nächste Outfit kann man identisch verwenden, zum Beispiel zum Städtetrip oder anschließend, wenn man nach dem Strand noch irgendwas trinken oder was essen gehen möchte. Ich trage hier an den Füßen etwas klobigere, aber gleichzeitig auch sehr, sehr coole und lässige Puma-Sneaker. Als Hose habe ich hier eine hellblaue Leinen-Shorts und da drüber ist nicht jedermanns Sache, aber für den Sommer wirklich hervorragend ein Poloshirt mit Lochmuster. Ja, es soll ja alles luftig, locker und lässig sein im Sommer und das Poloshirt passt hervorragend dazu. Und auch hier, wie man sehen kann, die Brille ein absolutes Must-Have bei jedem Outfit. Ich habe hier nicht großartig mit Accessoires gearbeitet, aber eine Brille muss im Sommer auf jeden Fall sein. Machen wir weiter mit dem Miami Wise Beach Party Look. Das ist ein Look, den man wirklich zu allen Aktivitäten um den Strand oder um den Pool herum tragen kann, auch wenn man zum Beispiel irgendwie lässig zu einer Beach Party oder Pool Party gehen möchte. Ich trage hier unten weiße Sandalen, die tatsächlich absolut im Trend sind. Eine Ralph Lauren Badeshorts, die auch sehr, sehr wertig und sehr cool ist. Ein cooles Hemd, ja, ein lässiges Hemd, was mich hier so an die Miami Wise Wipes erinnert. Und on top noch eine passende Sonnenbrille. Weiter geht's mit einem Look für einen sommerlichen Abend. Und ich trage hier unten an den Füßen Birkenstock, um einfach diese Summer Wipes noch zu haben. Und dann dazu eine Cargo-Hose in weiß, ein Bartik-T-Shirt in Oversize und dann drüber noch eine etwas oversized geschnittene, leichte Jacke. All in all, ein super leichter Look, gleichzeitig aber auch cool. Einfach etwas boxiger, einfach hervorragend für so einen sommerlichen Abend, wenn man einfach etwas länger draußen sitzen möchte. Weiter geht's mit dem Kaffee-Date-Look. Und zwar trage ich hier wieder Birkenstock, die ich tatsächlich im Sommer zu super vielen Outfits kombiniere. Dann dazu eine weiße Leinenhose. Und jetzt das Highlight-Piece und zwar ein gemustertes grünes Hemd. Darum noch eine grüne Tasche, passend zum Look. Und was natürlich wieder nicht fehlen darf, bei einem Sommer-Look zum Kaffee-Date, eine passende Sonnenbrille, die das Outfit abrundet. Nachfolgen nochmal alle Outfits im Überblick. Und schreibt gerne in die Kommentare rein, welches Outfit euch persönlich am meisten zugesagt hat. Welches Outfit ist das, was ihr am ehesten anziehen würdet. Bin gespannt, was ihr schreiben werdet. Gentlemen, ich hoffe, ich konnte euch auf diesem Wege ein wenig Inspiration liefern für eure Urlaubs-Outfits. Wünsche euch auf diesem Wege ganz viel Spaß in euren Urlauben. Kommt heute wieder zurück und habt eine wundervolle Zeit. Wünsche euch auf diesem Wege ganz viel Spaß. Und wird wieder zurück. Wünsche euch auf dem Wege und Vert ADD.